Die sitzt du gleich, check mal. So? Hier an dem PC? Ja. Ich bin so gespannt. Hi, ich suche einen Job. Können wir das machen, dass das ein Slow-Mo kommt, wie ich mir eine Kopfhörer aufsetze? Okay, auf Lehrtaste. Wie habt ihr das gemacht, Alter? Oh mein Gott. Ist das Green Screen? Was? Alter Schwede. Hey, schöne Frauen. Oh, ich hab Gänsehaut. Wau. Geil. Ey, geiles Video, muss ich ehrlich sagen. Und ich war dabei. Alles gebummt. Richtig nice. Ja, scheiße. Ey, was? Also ist schon echt nice, ist wirklich krass. Da sind so ein paar Sachen dabei, Junge. Das ist ja kein Musikvideo mehr. Wo man sich halt so denkt, so, yo, das ist ja aus dem Film. Also krass. Ja, so ein Soundtrack aus einem Film. Ja, ist halt echt so, genau. Es passt halt so perfekt zu diesen Film-Ausschnitten. Das Video war einfach krass, Alter. Das war echt nice. Kann ich es nochmal sehen? Oder lass mal so einfach mal. Ja? Klar. Auch wirklich das Schlussbild ist wirklich richtig schön. Also das hat mich auch total überrascht. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich hab am Anfang so gedacht. Dann diese eine Szene mit dir, wo du mir dieses Foto geschickt hast. Wo ich mich so gewundert hab, hä, wofür? Warum, warum? Aber jetzt rach ich das. Es ist echt krass. Ja, ja, es ist krass gut geworden. Wirklich. Alles mal ohne Witz. Ehrlich. Also es ist ziemlich... Diese Hubschau... Ich wollte es halt nicht so viel sagen, so aus dem Video. Aber diese Hubschau was sehen. Alter, was geht denn da ab, Junge? Dankeschön. Kein Problem. Aber super Video. Ich muss ehrlich sein. Ich hab da gut hingekriegt, Jungs. Überraschung bewirkt. Wirklich. Vielen Dank.